Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal JazzQ. Ja, ich mache jetzt dieses Video. Ich weiß, es wird wahrscheinlich kurz werden, aber das soll nur ein Informationsvideo sein und sozusagen ein Bag. Und ja, ich habe ein paar Themen rausgesucht, die ich besprechen will und das mache ich jetzt. Also das erste Thema ist das neueste Video, Ich koche im Wald. Da will ich nur sagen, das ist eigentlich für einen anderen Kanal, wie im Video schon gesagt, für den Kanal Jazzie. Den habe ich angelegt, da der Kanal, wo ich jetzt das Video hier poste, na wie soll ich sagen, gelöscht wurde. Aber dadurch, dass ich mit YouTube ein bisschen hin und her geschrieben habe, habe ich den schon rückgängig gemacht bekommen. Und ja, jetzt kommen wieder Videos auf diesem Kanal. Ähm, ja, was wird jetzt passieren? Ich werde jetzt aktiver auf dem Kanal wieder und schaue, dass ich zwei bis drei Mal die Woche ein Video online bringe. Wahrscheinlich ja zweimal, weil mit der Schule es wirklich stressig ist. Aber ja, zum Thema Livestream. Auf dem Kanal werden auch Livestreams abgehalten und ich versuche auch so dreimal die Woche zu streamen. Und es wird wahrscheinlich jetzt an dem Tag, wo das Video online kommt, ein Livestream gerade sein. Oder ja, so ab 19, 20 Uhr sowas. Oder halt morgen, mal schauen. Und ja, auf diesem Kanal werden auch Survival-Sachen und Osplay-Sachen veröffentlicht. Also erst Waldlager oder normale Osplays werden auch hier online kommen. Und ja, das ist das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es war hilfreich. Und ja, bis dann. Habt schlau. Ciao, ciao.